Sooo, da sind wir auch schon wieder zurück. Weiter gehts mit der Hoover. Ich bin mal gespannt, um so ein bisschen weniger die Rückwärts zu kriegen. Sooo, erstmal habe ich gerade entdeckt. Hier können wir die Automaten benutzen. Wie können wir denn machen? Vielleicht kann ich noch was zu trinken. 2.000 Yen. Ein Energydrink, der vorübergehend ausweicht. Ich habe mehr Geld, wenn ich kann was trinken kann. Ist schon sehr teuer, aber vermutlich viel mehr Geld erhalten. Ist das lohnt. Ein Energydrink, der die Verteidigung vorübergehend erhöht. Was sei denn? Eigentlich nimmt der Angriff in der Diversität. Joa. Können wir schon mal drauf zugreifen. Scherzweise probieren. Gucken wir mal den Angriff. Kaufen wir mal eins. Den Angriff also gleich während des Kampfes? Oder vorher nehmen? Nee, ich fahre ja nicht. Ich fahre ja nicht. Ob ich gelben von uns oder nicht. Skills. Kann man da auch noch machen? Kriegt man halt irgendwann. Wangen, oder? Auch trinken. Okay. Aber ein bisschen anderes trinken. Wie ist billig jetzt? 10 Magiepunkte wieder herstellen. 2-5. 1-6. 2-5. 4-5. 1-6. 1-3. 1-8. 1-8. 2-8. 2-5. 1-8. Das ist ja billiger. Es tut 10 Meter. 10 Meter höher. 160, 15 Meter. 50 Meter. Green. Und Sissi Lennon. So. Weiter geht's. Die Steuerung ist noch nicht zu überwiegen. Also Alkohol. Weil, das ist nicht für die Steuerung. Das ist ja. Das ist ja so. 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 Willkommen. Die empfehlende Stille, die ich in der Karte wähle. Hör mal, müssen wir echt mal so einen Umrechner hier machen, gleich. Was dazu postet. Pfefferpunkte und alles. Wie geht's mir denn? Wie geht's mir? Danke. Ja, das ist nix. Wir trinken dabei, hier ist es so schön. Wir können hier mit den Karten reinigen. Das ist so schön. Oh, es geht mal? Es geht mal? Nein, es geht mal. Es geht mal, es geht mal. Was ist das? Oh, was that? Cool! Come on, now! Check this out! That's how you do it! Wee! 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 Convenience door here! Welcome! Welcome! Ah... Convenience door here, ne? Oh, no, no. Oh, no. I have to go. That's the Bento box. Das geht. Zonen, MP. Da werde ich aber noch weiter brauchen. Danke. Ich brauche aktuell, aber wer weiß. Ah, okay. Einzahlen, abheben. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig. Ja, das ist dann safe. Keine Ahnung. Gut, okay. Geh rein. Geh rein. Klopp, klopp. Ja, das war ein Kaffee. Ja, ich weiß nicht, wie die Arakawa-Familie hätte sich in eine kaffee wie dieses Haus gehalten können. Oh, so Sie wissen sie? Ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Seite der Stadt. Sie sind eine große, große Familie. Ja, ich weiß nicht, wie sie sind. Also, wo sind sie? Ich schaue sie. Ich schaue sie. Ah, nicht sicher. In dieser Zeit und Zeit, Akaza kann es nicht so laut und stolz, wie die Arakawa-Familie. Ich verstehe. Okay, danke. Danke für sie. Ja. Ich frage die alte Frau in der SIG-Stand, wo sie sind. Sie immer weiß, was passiert. Okay, good luck. Ich habe keine Arakawa-Familie. Guck mal. Ja, ich glaub, ich sollte mich so mit offenen Armen empfangen werden. Na, 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 na. Jätte Frau Unterlack jetzt gekümmt. Ja, ich glaube, ich sollte mich so mit offenen Armen empfangen werden. ... und gehen mal hin. Ich bin einer von den Mädels, die... ... und so, noch gut. Ich bin seit 18 Jahren später... Da, der mei! Nani mitte'n da, ja! Da, der mei! Nani mitte'n da, ja! Da, der mei! Halt, du hast schon die Grenze gerettet. Wo ist die alte Frau? Oh, du sagst die vorigeinste? Ja, du sagst die Frau? Sie kamen nach dem Land ein lange Zeit. Probierst du es einfach in einer alten Frau. Oh, ich verstehe. Hey, du kennst du wo der Yarakawa-Familie Office ist? Wenn du nicht schaffst, ich helfe den Kunden hinter dir. Ich möchte nur wo der Yarakawa-Familie ist. Hey, ein paar von uns gibt es zu sein. Gib mir die usuale. Ja, hier du bist. 500 Yen, bitte. Ich habe es auf meinem Tab. Schön, du kennst dich, Bruder. Sorry, ich weiß nicht. Ich bin neu. Ich bin neu. Wie du bist? Du bist hier mit den Yomi-Symbolen, fangst du wie du Arakawa-Familie? Wait. Du bist der Krui-Familie, du bist der Herrmanns-Familie heute? Ja, es gab eine große Sirene-Familie. Aber nur der Patriarch und seine Officers gut so wie das. Vielleicht auch ihre Arbeit, aber das ist es. Dann muss ich noch mehr als ich. Sag mir eine Sache. Wer ist unser Patriarch? Du bist jetzt unter einem Stamm. Just sag mir, wer ist es. Es ist der Captain von der Omi-Aliance, Masumi Arakawa. Obviously. Man, du verletzt den Namen von deinem Patriarch? Get deine Scheine zusammen. Hey, du kannst mich nicht machen. Ich bin Omi. Aber du sagst, du bist in der Arakawa-Familie. Das stimmt. Und diese Familie ist Teil des Tojo-Clan. Tojo-Clan? Du schlägst dich, Mann? Ich bin schlägst du schlägst? Nein, du schlägst nicht. Aber du bist ein Tojo-Clan. Du bist noch nicht. Du hast ihn in der Lage. Du hast ihn in der Lage. Du hast ihn in der Lage. Du bist die Menschen, die ihn in der Lage haben. Diese Stadt ist Tojo-Turf. Nicht mehr. Und du Tojo-Roaches musst du schon sterben. Tojo-Clan. Lass uns das. Ich bin ein Lieblings-Turf. 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 Du bist der. Ich bin ein Lieblings-Turf. Ich bin ein Lieblings-Turf. Du bist das schon. Dann geht das schon. Das ist schon so schlimm! Ah! Let's get it done! Ah! Ah! Töwee! 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 Gah! Did Araukawa-san really betray the Tojo Clan and run to the Yomi? Answer me! Y-Yes! Aniki! That guy is a Tojo Loyalist! Get him! What? Get back here! We can't run! There are only three! Let's run! Let's run! Oh, warte auch glatt! Huh? Oh! Let's run! No! Yeah! No! No! Wir können auch hier mal gucken. Was ist das? Huh? Eh? Huh? So, ne? Excuse me. So, ne? Huh? Yeah. Das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Danke, danke. Thanks. 18 Jahre nicht gesehen, wonach reden sie nach einer Minute? Verkaufsgespräch. Mein Gott, umschmier. Dasiritos ist durch eine Kiste, die in den Rücken. Jetzt bin ich auf der Kiste. Das ist das, was du machst! Er hat sich in den Zugriffen und sich immer mit dem Ziel bekommen. Na! Oh! What? Jock, so will we dachten? Hey. Huh? m so komisch Sup? Come on now! Check this out! So, he's gone. He's always been beaten. He's always done. So, he's got a little bit of effort. 200. It's going. Hey, guys. Damn, you're strong! Yeah, I am. We're gonna remember your face, dick! You can do it. You'll get the next time again. What's going on? I can tell you love your job, but you ought to love being alive more. Else who's gonna take care of that precious camera? A real fist fight between the Omi Alliance and the Tojo Clan Loyalist! Aw, yeah! These pics will go for a fortune! Thanks, Ichiban! Hey, hold up! Gah! 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 What the hell are you doing, man? Don't bother that guy! It was your fault, anyway! Come on, get out of here! If I see you again, I'm gonna beat the shit out of you! Tough words for a guy who just took off screaming. Yeah, you better run, Kamulop! Kamulop? It's a local mascot they made to improve Kamurocho's image. What the hell is a local mascot? We're gonna be here all day. Remember the internet? It's big now. Use it. Fine. Just tell me what happened to the Arakawa family. And Arakawa-san. You were in that family once upon a time, right? Stop! You gotta know what happened, being a local reporter. I don't believe that Arakawa-san was a traitor. It wasn't who he was! You really wanna know why Arakawa did what he did? Because I do have the scoop. I'm not a journalist for nothing. So tell me! When did you get locked up again? 18 years ago. And Arakawa had a son, right? Yeah, the young master. It used to be my job to escort him. I don't know the details, but he was kinda sickly, right? Uh-huh. What do you mean, was? Is he better now? He's dead. What? When? How? Hmm. Would've been about three years after you went into this slammer. As I recall, his condition got worse. There was nothing they could do. Arakawa was pretty fond of him, or so I assume. It was more than being fond of him. Arakawa-san would've died for his son. Maybe the loss changed his perspective on things. Nothing worse than burying your own kid. Yeah. I can't imagine how that must've felt. But... I still don't see how that would make him betray the Tojo clan. You don't. Maybe you can't understand, but once you have a child, the rest of your life is over. The kid becomes your life's purpose, you know? So imagine the grief you'd feel if the kid dies. You just keep existing with your life's purpose pulled out from under you. The parents gotta find another reason, any other reason, to keep living. Couple that with the fact that Arakawa is a Yakuza. I think maybe his new reason to live became... Watching the world burn. He wouldn't. Hey, why don't you give me some info now? You really in trouble with the Omi, like those thugs said? Yeah. Then you shouldn't just be strolling around Kamurocho. You still got business here? If not, I'd get out of town. Then after all of the things... Huh? Then after all of them, the family was a guy, and he'd forget me. I promise, Kasuga, there's nothing left for you in Kamurocho! But... Then where would I go? I mean... I don't know, dude. I'm just saying the Omi are looking for you. So I'd get out of town if I were you. Go home. Home? Yeah, the Soapland you were born in? That'd be your home, right? Shangri-La. hey you're not going there now are you don't do it I'm telling you they'll kill you she'll be let him try why do we do that? I'm a little bit higher, I don't know I'm just getting a little higher the number we have to see we have to see we have 100 from how many have I seen für die Gruppe vielleicht. Schrankwarten, Essstücke. Da 100 von 152, ja da kann ich schon mal 52 heilen. Und hier habe ich auch nicht mehr noch viel. Guck mal, da kann ich Lachs. Lachs-Oligiri essen, dann schon mal 50 Treffer. So good. Ja, das ist klasse. Hey, 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 hey. Da sind alle da. Da muss erst mal wieder ein rausgehen und dann wieder, ja okay. 15 MP für einen CC Lemon. Den machen wir auch noch klar. So, jetzt gehe ich jetzt rein. So good. Dann müssen sie raus, das würde ich noch mal eins trinken. Da habe ich gerade noch nicht die Riefe stehen. Ich kann noch nicht hier mal die Riefe auffüllen. Mal was zu trinken hier. Ich kann noch mal die Riefe. Da gab es was mit Magie. Was habe ich jetzt gehabt? 40, 50, 90, 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 90. Der ist am billigsten hier. Zwei. Jetzt gehen wir. Erlauben wir ab. Wir machen das. Und dann weg. Werkungen und unten kommen welche. Erst kommt ein kleiner Punkt. Aber ja. Easy. Easy. Nice. Stufeneinstieg. Okay, drei Punkte um fünf erhöht. Das ist natürlich klar. Jetzt gerade, wo ich alles aufgefüllt habe, steige ich in der Stufe. Hätte ich auch nicht beachten können. Wir haben natürlich alle Werte wieder vor. Was soll's. So. Wie ist das denn mit meinem Jobrang und bla? Du. Hier kommt mal hier Jobs, 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 Jobs. Skills, Skills, Jobs. Ausrüstung? Auch nix geschieht, ne? Gruppe? Ja. Der hat einen Job, wo man hat. Er hat einen Job ohne Ausrüstung. Der hat ja einen Job von neben. Der hat keinen Namen. Aber das ist der Arak, weil... In einem anderen Bildschirm stand es ja gerade. Da. Arakawa-Joller. loyalist ich für den job qualifiziert das ist nett dann habe ich auch automatisch ist der land wie ich noch ein paar mehr musik lasse ich meinen einen Jobrang steigen. Wo ich bestimmt die Skills einsetze, würde ich sagen. Mal vergleichen. Im nächsten Kampf nehme ich mal kein Skill und dann bin ich ja bei 41 Jobrang. Also da oben bei 41. Ich mach mal kein Skill, guck mal ob das steigt. Trotzdem steigt man weiß ich, ist egal. Und der kann nur kämpfen. Und wenn es nicht steigt, dann weiß ich nur dasselbe, wenn es nicht steigt ist.